Okay, das müssen wir uns doch gerade mal zu Gemüde führen. Da geht's auf jeden Fall da irgendwo rein. Okay, cool. Trotzdem brauche ich Health. Ah, shit, dem habe ich zu hart besorgt. Mehr Health, please. Yeah, yeah, yeah. Alright, alright, alright. Und dann? Shotgun. Keine Shotgun für uns. Na gut. Mehr Health. Up geht's. Oh, what? Ja, du bist verreggebisch. Den nächsten kleinen Gegner sollte ich schon wieder mal zersägen. Guck mal da. Fucking face. Ah, du stirbst nicht sofort bei dem Game. Das ist halt immer ganz geil. Boom. Boom. Ja, da wären wir eine Shotze natürlich lieber gerade. Okay. Secret. Okay. Album gefunden. Doom 2. Doom 2. Alright. Das gute alte Doom 2 Album gefunden. Okay, da geht's noch nicht durch. Irgendwie geht's aber nach der U-Bin. But how? But. But how? Ähm. Not sure. Da kommen wir noch nicht rein. Mal gucken. Da. Könnte was gehen. Und hier bin ich gekommen. kommen. Au. Oh fuck. Really? Da wollte ich doch eigentlich hoch. Oh man. Hat's mich gerade zerquetscht. What the hell? Hm. That would be too easy. Da geht nix. Dann vielleicht doch da drüben. In die Richtung, eh? Yo. Was dann? Plotz auf. Ah. Fisch. Ferrick. Ah. Boom. Okay. Beam. Ah. Super. Da hat's mich jetzt nach oben gefahren. Und gib ihm. Na hopp. Hello. Was geht? Hey, komm. Boom. Ah. Nicht genug Treibstoff. Fuck it. Boom. Komm her. Suck you, Bus. Wenig Gesundheit. I don't like that. Fuck. I. Oh no. Ich bin runtergefallen. Fuck. Na ja gut. Das war eigentlich nicht der Plan. Komm her. Okay. Ah, shit. So komm ich nicht dran. Kill him. Okay, wenigstens ein bisschen Energie da. Und wir müssen nochmal hochfahren. Because I failed. Of course. Oh, statt nichts mehr anderes. Okay, ran da. Und zersägen. Right there. Nice. Nächste. Zersägen. Geht nicht. Fuck. Fuck. Uff. Siehste, du stirbst nicht sofort. Das ist natürlich ein Pluspunkt. Fuck off, man. Uff. Jetzt habe ich nämlich nochmal die Möglichkeit, mir ein bisschen Energie zu holen. Ja, man. Okay, und dann. Wo ist es? Yeah. Boom. There you go. Ah. Me never dead. Boom. Ins Nirvana geschickt. Bobby. Ah, Munition. Für die Chainsaw. Good. Ich die mal vorher gesehen. Okay. So, was geht hier ab? It's a laser. Did it open? Didn't open. Well, well, well. Did not open some... Ah, hier sind wir wieder. Ah, das wollen wir nicht. Did not open. Let's do this. I don't know. Was soll ich da machen? Infiltriere die Kultisten-Basis. Hm, 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 hm. Die Frage ist... Au. Was? 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 Weil mit dem Ding funktioniert das so schon mal nicht. So wie ich das sehe. Ha. One open. Okay, aber das finden wir auch was. So schwer kann es ja nicht sein. Also es kommt da nicht an. Ähm. That could help. Wow. Oh. What the shit. So rum. Ja, alles klar. Hab ich mir doch gedacht. Warum sollte das sonst so komisch aussehen? Kriegst Park-Rifle-Flashbacks? Die erschöpfer, der Slayer. Nein. Die abbrechen deinem Willen. Nein, tut er nicht. You never take me alive. So far I can tell you that. Woohoo. Kultisten-Schlüsselgut, den hab ich ja sowieso schon. Come on, open. Up. Na, na, oh fuck it. Ah, fuck it. Das war dumm. Das wollte ich. Komm her. Piece of shit. Bam. Bye. Das coole ist jetzt, dass man diese Moves ja tatsächlich einsetzen muss, ne? Boom. Double shotgun in the house. Puh. Puh. Voll crank. Okay. Done. I think that opens. Ja, warte mal, da hab ich was übersehen. Das geht ja mal gar nicht. Da. Und dann, boom. What the hell was that? Jetzt hockt dieses Spinn-Thingy auch noch an der Decke. Ey, ich brech hier mo' komplett ab. Oh, fuck it. Come here. Boom. 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 Ja. Ja, there you go. Komm, Double Barrel, please. Gut, ich könnte eigentlich auch das Waffenrad benutzen. So, das sieht sehr Kultisten-mäßig aus hier. Da geht's auf jeden Fall durch, nur jetzt noch nix. Let's find the fucking way. Slayertor. Slayertor sind optionale, schweißtreibende Begegnungen, Munition und Extraleben, die in einem Slayertor verbraucht werden, werden danach nicht aufgefüllt. Bei Abschluss winken drei Waffenpunkte und ein Himmelsschlüssel. Jedes Slayertor wird mit einem Slayerschlüssel geöffnet, der sich in der Nähe des Tors befindet. I like that. Schweißtreibend I don't like, aber gut, schauen wir mal. Hier muss auf jeden Fall irgendwie da lang weiter. Obenrum? Ne, nicht obenrum. Well, fuck it. Okay, dann geht's wohl später erst weiter. Don't know, where is the door? Oder die Schlüsselol? No Schlüsselol for us. Kann ich da rein? Jetzt schon? Ne, alles klar. Oder? Ne, geht nicht. Schlage ein Slayertor. Jawohl. Mach ein Achievement, hammergeil. Okay, komm ich wenigstens hier durch. Why not? Oh. Da auch nicht. Where to fucking go? Uh, I'm blind. Fuck me. Ah, da um. Okay. Nur die Frage. Wie kann ich die Scheiße da aktivieren? Darüber. Ja, stellen wir es nochmal mit rein. Nein. Nein. Ah, da ist der Slayerschlüssel. Da oben drin. Sonst, äh, grenzwertig. Grenzwertig. Bein optisch schon. Also quasi. Da? Da oben ist der Slayerschlüssel, ja. Ein Versuch war es wert. Ne, das hat sich wirklich gebracht. Komm mal da. Vielleicht. Ne, damit hätte ich die anderen da alle killen können. Ich frage mich, ob ich den Mist da einfach runterboxen kann, oder was? How do I get the fuck up there? Und überhaupt, wie komme ich an den Slayerschlüssel? Ah. Ah. Okay. Let's check this out. Offensichtlich, äh, so nicht. Nicht wirklich. Ja, doch da. Ja. Ha, ha. Okay. Gut, Splatforming. Da musst du mich echt erstmal dran gewöhnen. Aber, es wird. Und dann. Alles klar. Noink. Fuck. Oh, das war wieder Laguna-Style 69. Runtergefallen. Fuck it. 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 Aber, jetzt wissen wir ja, wie geht's. So, jetzt aber mit Anlauf und so. So, nur aber. Mioink. Und bium. Runtergetreten. Ja, Mann. Okay. Dann. Schauen wir mal. Das war nix, aber ich glaube, ich muss dagegen boxen. Dass ich das richtig gesehen habe. Oh, zusammengetreten komplett. Awesome. Ja, aber wie komme ich jetzt trotzdem an den Slayer-Schlüssel? Der ist immer noch zu. How do I do this? I don't know. Come on. Ah, jetzt kann ich da nicht mehr rein, doch. Das Slayer-Schlüssel. Ey. Ohne Scheiß. Kein Plan. Ja. Open. Won't open. Und ich glaube auch, dass ich dafür da rüber muss. Gut. Wir schauen erst mal. Vielleicht können wir da noch was freischalten dafür. Hä? Fuckface. Eww. Ugly. Thingy. Ich fürchte dich nicht. Ach ja. Ach ja. Zu mir, Slayer. Ich warte auf dich. Na, das glaube ich. Aber ich liebe dich. Zum Terror-Dome. Okay, ich soll den Zug zum Terror-Dome nehmen. Ups, ups, ups. Äh, also quasi da. Ja, da ist der Terror-Dome-Zug. Der Rest bleibt wohl closed. Na gut. Terror-Dome in der Haus. Und still closed. Oh, hey. Münzchen gibt's hier an Masse. Way too much Collectibles, by the way. Ich bin ein bisschen überfordert. Was es hier alles an Währung gibt, äh. Ekelhaft. What the fuck was that? Das kam unerwartet. Was ist Glück, ist das KVR-Game. Nein. Denied. Oh, oder auch nicht. Wir sehen uns mal. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020